Diese Konferenz soll ein starkes Zeichen sein gegen Antisemitismus und für ein prosperierendes jüdisches Leben in Österreich und in Europa. Daher werden wir diese Konferenz auch jährlich durchführen. Und unser Ziel ist es ganz klar, eine bessere Vernetzung, ein Wissensaustausch, die Bündelung von Kräften und maximale Effizienz in diesem so schwierigen und herausfordernden Kampf. Wir müssen ganz klar sein, die physischen Übergriffe kommen von den radikalen Rändern. Aber es ist schon der verbale Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft, der uns Sorge bereitet. Judenfeindlichkeit beginnt eben nicht erst in der Gaskammer, sondern bei den Verschwörungsmythen, Verleumdungen und Beschimpfungen. Verleumdungen. 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 Du 대부분. Verleumdungen. Verleumdungen. Verleumdungen, die анth fourmetters ist ein teilweise cellerどうbetrieb. Europe. We built the modern Europe on a repudiation of the hate and the horror of the Second World War.